Juhu, Kamera laufen, Kamera laufen, super, super. Ja, grützerli, sagt man in der Schwirz und wir sagen Servus, ich weiß nicht. Joe Kreisel, Freeman Austria, Sprachwissenschaftler, Musiker und ich glaube noch vieles mehr, von dem wir noch gar nicht so wirklich wissen. Das Ganze, wie heißt es, das Wesentliche im Ganzen oder das Ganze im Wesentlichen? Dein Thema? Wir haben gesagt, wir nennen diesen Vortrag das große Ganze im Wesentlichen, damit das endlich aufhört. Das haben wir gesagt, dann kennt sich jeder aus und dann brauchen wir nicht mehr reden. Ich freue mich, dass du hier bist, Joe. Wirklich. Und lange haben wir nichts gehört von dir, aber gelesen hat man einiges. Und ich bin gespannt, was du uns heute alles verraten möchtest überhaupt. Podium ist ja heute Abend auch noch da. Konzentrier dich jetzt mal auf deinen Vortrag. Und wir sind mal ganz ans Ohr. Und einen Applaus natürlich auch. Ist hier sehr gerne gewünscht. Und begrüßen wir Joe Kreisel. Hallo. Applaus Danke, Klaus. Danke, Klaus. Gell, zum Anfang, also zu meinem Anfang, ich mach das im Sitzen, weil es gemütlicher ist. Danke. Jetzt die Kameras hier oben richten. Sorry. Ja, super. Danke, Klaus. Danke, Okitok. Super, dass es das gibt. Muss man auch zuerst damit tun. Weißt, reden dann eh so viel. Aber dass man das einmal auf die Füße stellt, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir uns da treffen, bei der Landjugend im Blindenmarkt. Nein, beim Oldtimer, Entschuldigung, Oldtimermuseum. Und Blindenmarkt ist auch passend, finde ich. Gerade für diese Zeiten. Wo der Mensch planlos und blind umeinander rennt und auf der Suche nach irgendeiner Lösung war, die um seinen Schlamassel aus sich reißt. Aber ihr kennt doch alle die Geschichte von Baron Münchhausen, oder? Das ist ein kleiner Hinweis darauf, dass man das selber tun bekommt. Dass man sich selber aus dem Schlamassel aus sich reißt. So wie der Ingenieur Robert Luca vorher so schön gesagt hat. Dass es letztendlich beim Einzelnen liegt, wie es weitergeht. Und dass von oben herab wahrscheinlich die Lösung nicht so schnell kommen wird, deswegen, weil es bisher auch nicht so war. Scheiße. Gut. Was kann jetzt der Einzelne tun? Wie man so schön sagt. Weil reden dann eh viel und gehört haben wir auch schon so viel. Wir wissen so viel. Es gibt so viele Experten und alles. Aber was konnte man eigentlich tun? Muss ich mir jetzt was einfallen lassen? Und muss die Idee durchbringen? Durch alle Instanzen, durch alle Schwierigkeiten, die man mir in den Weg legt. Gegen alle Kritiker. Was konnte ich tun? Wow, jetzt bin ich auf einmal dumpf. Ist das besser so für euch? Ja. Eins, zwei, Soundcheck. Ich rede einfach weiter. Geil. Muss ich mir was einfallen lassen? Oder gab es vielleicht schon einen vorgeschriebenen, vorgeschlagenen, vorgesehenen Weg, den ich einschlagen konnte? Weil wenn es ihn schon gab, brauche ich ihn nicht erfinden. Und vor allem, ich brauche halt nicht darum kämpfen, dass man ihm auch erkennt. Mein Weg. Ist ja viel zu mühsam. Ja. Und das artet eh schon wieder aus. Wir wollten ja anfangen zuerst einmal. Anfangen heißt Welcome to Freedom bei mir. Diese wunderschöne Illustration, wo drauf steht What the fuck. What the fuck ist eigentlich los? Kennen Sie überhaupt noch wer aus? Was ist los? Wie geht's? Was tun wir? Neu wollen. Neu wollen. Wir brauchen neue Wahlen. Und dann ist wieder nichts anderes. Hast du wieder verwirrt. Scheiße. Kannst wieder auflegen. Hat wer einen Plan? Gut. Dann verzeihre ich meinen. Der Vortrag heißt, wie gesagt, das große Ganze im Wesentlichen. Das Destillat, das Wichtigste, das große Ganze im Wesentlichen. Man könnte auch sagen, das Wesentliche im großen Ganzen. Und dann ist die Frage, gibt es da einen Unterschied? Was war der Unterschied? Ist beides wichtig? Also, dass es ein großes Ganzes gibt, darüber sind wir uns hoffentlich einig. Dass alles ein großes Ganzes ist. Möchte irgendwer widersprechen von den Massen, die anwesend sind? Traut sich wer? Gut. Kann man das erkennen? Oder ist das für euch nur irgendein... Seht man schon. Gut. Ich hab da jetzt das Yin und Yang Zeichen hingezeichnet, weil das steht irgendwie so schön für das große Ganze. Hälfte, Hälfte. Hälfte hell, Hälfte dunkel. Die Dualität. Man könnte dann auch die Polarität suchen gehen. Das große Ganze. Das hängt laut meiner Forschung ein bisserl mit der Sonne zusammen. Sonne. Sonne, Sonne, Sonne. Die zeigt uns das. Einmal im Jahr macht Sonne einen Kreis und dabei ist es einmal hell und einmal finster. Hell heißt Frühling, Sommer, finster heißt Herbst, Winter. Wir kennen auch das am Tag. Jetzt ist es hell, nachher ist es finster. Das ist das andere. Jeder von uns ist sowas. Er ist auf der einen Seite hell und auf der anderen Seite ist er finster. Und hell heißt es auch schon Hölle. Hölle, Hölle. Und das andere ist finster. Du warst der Himmel. Ja. Und trotzdem warnt man uns vor Sonne. Man sagt Achtung Sonne. Gefährlich Sonne. Vielleicht stimmt das gar nicht. Das sollte man sich einfach fragen. Alleine unter dem Aspekt, dass Freeman, wenn man das aufbuchstabiert, dann heißt das frag ruhig einfach einmal mehr als normal. Das war die erste Aufforderung. Freeman. Einfach einmal mehr fragen. Das ist ein wenig spooky für mich da herinnen jetzt, weil ihr seht es ja nicht. Aber in dem Raum sitzen mehr quasi tote Viecher wie lebendige Menschen beim Zuhauchen. Das ist witzig. Überall tote Viecher. Und ein paar lebendige Menschen. Schräg. Und Schießgewehre und alles. Ja. Schräger Rahmen. Okay. Yin und Yang nennen wir es die zwei. Zwei. Wir konnten auch sagen, Kain und Abel. Die zwei. Die zwei streitenden Wölfe. Die zerstrittenen Brüder. Und wir können auch sagen, die verliebten zwei wie Samson und Delilah. Das waren auch die zwei. Oder Adam und Eva. Zwei Kräfte, zwei Klänge, die miteinander was zu tun haben. Weil würde man zum Beispiel in der Badewanne untertauchen und sich selber zuhauchen. Dann hört man zwei Klänge in erster Linie. Das eine ist das Wasser in der Badewanne. Habt ihr das schon einmal getan? Wer hat das schon einmal ausprobiert? Du hörst zuerst einmal das Wasser. Und das Wasser, der Franzose weiß wie das heißt. Das ist ein ganz tiefes. So macht das Wasser. Jetzt kommt gerade der Hubschrauber dazu. Ist auch geil. Motorauer. Das ist das Wasser in der Badewanne. Und in dem O hört man immer wieder diesen Herzschlag. Den man ja im Wasser hört und das macht K. 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 Probiert es sich aus. Und dieses K. K ist alle Kraft im Universum. K. Die konstante Schubkraft des Herzens. K. Ich kann. Ich kann. Ich kann. Ich könnte. Ich kann. Ich kann. Ich kann. Ich kann. K. Kaputt. K. 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 Und Abel. Die zwei Klänge sind es. K. K. Auf Englisch heißt es K. 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 Und wenn man die zwei miteinander verschweißen hat, nicht kein und respektive oder aber oder abel, nein, kein abel, einfach zusammen tun, miteinander verschmelzen lassen. Und das heißt auf Englisch k-in-able, 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 einschalten. Um das geht es, Herz einschalten. Ja, und es dreht sich alles im Kreis, das wissen wir, es geht im Kreis. Ich bin ja der Kreis L, Kreis. Zack, was kommt jetzt? Ich sehe es selber nicht. Kommt überhaupt was? Da kommt was, genau. Die Grafiker unter euch, ich muss euch jetzt kurz abholen, das ist nur die Einleitung, was ich da jetzt erzähle. Die Grafiker unter euch wissen vielleicht, dass man mit Hashtag Farben definieren kann. Zum Beispiel ist die Farbe schwarz definiert Hashtag 000000. Kann man das lesen? Das ist eine schwarze Fläche und da steht drauf Hashtag und dann 6 Nuller. So definiert man grafisch die Farbe schwarz. Das war das Dunkle. 000000. Und weiß definiert man Hashtag 6F. Wolltest du was Bestimmtes? Oh ja, super, danke, hey, voll geil, danke, mega, ja, Ober, danke, Herr Ober. Habe ich nicht gesehen? Doshiba, Shiba, kennen wir ja. Brahma, Vishnu, Doshiba. Okay, also ich wollte euch darauf hinweisen, dass die Grafiker einen Code haben, wo 6 Nuller sind und daraus ein schwarz wird. Und der Ffff macht weiß. Merkt euch das? Weißes Licht, Andreas. Das ist doch spannend. Ffff ist weiß. Da stehen jetzt ein paar Sachen dabei. Bei dem Yin und Yang, schwarz und weiß, das sind zwei verschiedene Qualitäten. Und ich muss euch das so vorlesen, was da steht. Bei Yang, das ist weiß, da stehen Eigenschaften wie zum Beispiel Positiv, Sonne, Licht, Himmel, Aktivität, Freiheit, Darüber, Hitze, Generation. Das steht da. Bei weiß, Ffff, Ffff, Feier. Ffff. Und bei Yin, bei schwarz, also lauter Nuller, steht negativ. Mond, Dunkel, Erde, Passiv, Wasser, darunter, Kalt, Wachstum. Nuller, lauter Nuller. Numerologen wissen, ein Nuller steht für Potenzial. Da ist alles drin. Aber man weiß es halt nicht. Wie ein Ei. Wie ein Bocker Neu. Also es geht, es geht jetzt, um eigentlich nichts anderes als Ffff. Ihr kennt das, was das heißt. Aber die Nuller stehen für Potenzial, geistiges Potenzial. Jetzt müssen wir die zwei verbinden. Das, was ich euch jetzt verzehe, ist quasi das große Ganze im Wesentlichen. Das war die Einleitung. Bitte passt auf. Nicht schwätzen. Jetzt kommt es. Genau. F und auch mental. Ffff und a mental. das betrifft euch jeden. Das ist nicht eine neue Geschichte. Sondern das ist, das ist das. Das ist das. F. Dazu mal assoziieren, bitte. Assoziieren, was das heißen könnte. Weil in jedem von euch entsteht gerade ein Bild, ein F mit drei Strichern dran. Was heißt das? Da ist jeder programmiert irgendwie. Lass uns mal ein bisschen brainstormen. Man kann es nicht lesen, was da steht. Da steht Assoziationen. Das assoziieren, was heißt das? Heißt das FIFA vielleicht für Fußballspieler? Fack Fall Flug Froh Freude Freude darfst du nicht sagen. Das ist einer Pfü. F Also das F kann was. Kleine Kinder wie man, wisst ihr es noch früher, wie wir kleine Kinder waren? Ich kann mich auch nicht erinnern. Aber wenn man heute zuschaut, sieht man, kleine Kinder wissen ganz genau, was er F kann. Du brauchst nur ein Windradl nehmen und vor das Kind hinhalten. Und das Kind wird zu dem Windradl sagen F Warum? Gibt es ein Wesen und es geht ja um das Wesentliche Gibt es ein Wesen in dem Klang F hat darüber schon einmal wer nachgedacht? Warum nicht? Das heißt selbst laut und mit Täter mit Klinger kann so nannt das sind alles wir selbst laut auf gescheit heißt das Vokal das ist eine Ortsangabe da sollte man sich informieren was heißt das von was red der spinnt der ja 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 das sagen viele habt ihr schon gehört der Freeman spinnt Staatsverweigerer und so die kann alle eingesperrt kennt ihr das? seid ihr das? Also die die reden oder die die den Staat verweigern? Über das müssen wir reden weil wisst ihr das ist ernst das ist jetzt nicht mehr lustig weil da sitzen Menschen echt im Hefen echt nicht das habe ich gehört sondern das ist echt wahr unsere Freund wo du fragst warum die die haben nicht getan das wissen wir jetzt nicht was man einer vorwirft kann man einem was vorwerfen kann man einem vorwerfen dass er sagt ich möchte nicht mehr dabei sein ich mache mein eigenes Ding lasst mich alle in Ruhe ich bin Eker Gefahr dürfen wir das verbieten bitte Hände hoch schwer zu sagen die Karin Gneistl hätte über Neusprech gesprochen das war 1984 George Orwell da heißen wir in dem Märchen heißen wir Gedankenverbrecher dürfen wir Gedanken verbieten was doch das schöne Lidl gibt genau ja habetere F was 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 fällt uns nur ein zum F wir dann dabei nur assoziieren und merken gerade dass du irgendwas siehst was ich noch nicht gewusst habe vielleicht F die eine folie das können wir sich eigentlich da jetzt rexen weil das kann man nicht lesen das war jetzt die hebräische Erklärung von F wo das herkommt kommen wir von euch hebräisch wisst ihr dass es im hebräischen für jeden buchstaben auch einen zahlenwert gibt gematri und du kannst da gibt es so videos auf youtube schaut euch das einmal an wenn euch fad ist du kannst eineinhalb zwei drei stunden über einen buchstaben reden auf hebräisch also eh auf englisch aber die reden über den hebräischen buchstaben zwei stunden lang was das heißt warum und gott und schöpfung und äußern dings symbol get zahlen wert und dasselbe haben wir natürlich auch nur uns hat man nicht erklärt ist ja nichts anders es lohnt sich F wir wissen zum beispiel das F die feuerwehr schreibt sich das hin da brennt was mit F da rührt sich was ein Luftballon geht aus mit ein kerzen bloße aus mit F da ist Druck drin und wir alle kennen das F wer auf Facebook ist ist auch so ein F und wenn man sich das F anschaut dann ist das eigentlich die Darstellung von einem Menschen der auf sein iPhone schaut so eine gebückte Haltung F ich folge F was macht F was ist F ich habe vielleicht schon gehört dass sich der Herr Zuckerberg mit dem Papst troffen hat und ob sie es glaubt oder nicht aber das hat was miteinander zu tun das ist Facebook das ist viel katholischer als ihr alle glaubt weil die machen sogar Werbung damit ich kann nicht das sagen das ist ein Logo das finde ich auf Dings das ist Adam und das F genau Adam und F das macht das Adam das lenkt uns als Menschen das ist und sagst so Dama das ist super Adam und Eva das Dama wenn wir nachdenken und überlegen ob das Sinn macht einen Wert hat Evaluieren Val Orisieren Val der Wert da wo es um Werte geht der Adam kennt das nicht der Adam hat nicht einmal einen Sinn der sagt nur so Dama jede Pflanze wächst nach dem Prinzip Adam hat zwar keinen Daumen auch keinen Grünen aber er sagt Adam Am Liebe Freundschaft Ami da wo es gut ist da wo es zusammenpasst Am ich fühle mich wohl genau Adam Eva jeder ist dabei die meisten sind aus der Kirche austreten und spielen Adam Eva mit Facebook und wissen es gar nicht und so gesehen ist die ganze Welt viel katholischer als ihr alle glaubt die Mädels gell die Mädels da hinten machen wir auch noch katholisch ja sind sie ja schon wissen sie nicht F mit dem O-Ton würde man das F mit dem O-Ton zusammenschustern dann kennen wir das F als Licht Bild und hast dann O-Ton heißt O-T F-O-T und macht Licht F-O-Ton einschalten Lichtaktivierung F-O-Ton mit I ausschalten F-O-Ton F-O-Ton das hört man also F-O-T sieht man F-O-Ton hört man was ist F schade dass man das nicht sieht da steht drauf liebe Mathematik ich habe es satt die unbekannte X zu suchen akzeptiere einfach dass sie verloren ist alles Gute X ist unbekannt wie wir wissen und jetzt haben wir einen unbekannten Effekt von F und das müssen wir erforschen F da gibt es ein super Logo von Autorennbahnen reales F on X und F on X kann man anders hinschreiben und das heißt dann Phonics Phonics das hört man kann wie Englisch Phonics ein Konjunktiv davon von Phonics ich höre etwas man müsste eher sagen ich nehme etwas wahr weil da ist ja Licht auch dabei Pfot Phonics Phonics der Vogel der aus der Asche aufsteckt die Wiedergeburt des Toten und darum gibt es ein Buch da steht drinnen wer Ohren hat der höre nicht wer schreiben kann der schreibe sondern wer Ohren hat der höre es klingt alles so witzig aber es ist viel tiefer und ernster als wir alle glauben weil wie gesagt da sitzen tatsächlich Leute im Hefen deswegen weil sie frei sein wollen weil sie Mensch sein wollen wesentlich teilhaben wollen am ganzen Leben und nicht als Fiktion durch die Gegend rennen ja und damit ihr mir glaubt dass es mehr Sinn hat mehr Tiefgang hat als dass wir nur oberflächlich da umeinander kratzen diese Abholung wer Ohren hat der höre Augen auf das sind die Nuller die Schwarze sind die Augen und das andere sind die Ohren Fonethics so heißt der Vortrag Fonethics es geht um Moral Fonethics schräger Zusammenhang Young und Yin also nur mal zur Überschrift das große Ganzen im Wesentlichen die große Gans im Wesentlichen könnte man auch Phönix nennen als weiblicher Phönix nennt man Gans die große Gans im Wesentlichen Wesen was stellt sich hier vor unter einem Wesen lasst kurz in euch ein Hirn das Wort Wesen erklingen und schaut euch das Bild an was ist das was ist ein Wesen kann man das erklären Mama was ist ein Wesen wie schaut das aus kann man das angreifen zum Beispiel das Forst Wesen oder das Finanz Gesundheits Wesen was ist das Wesen Wesen ist vorbei Wesen was war über was reden wir eigentlich jeder hat im Kopf irgendwas jetzt da schweben man kann es leider nicht lesen daher werde ich es euch auch nicht vorlesen weil das ist mir zu mühsam jetzt da kann man auf Wikipedia nachschlagen was das heißt Wesen da steht dann da die Beschreibung des Zustands des Seins bla 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 um das geht es und ich möchte es mit euch jetzt kurz ein bisschen austesten was mir da als Wesen es geht ja um das Wesentliche nicht das Persönliche das Wesentliche Selbstlaut Selbsterkennung wir wollen das ein bisschen erforschen vor allem nach dem Motto erforsche dich Erkenne dich Gnothi Saoton auf Griechisch hast du so viel wie Erkenne dich selbst Gnothi Saoton Gnothi ist witzig da hört man schon ein bisschen man weiß etwas die Gnostik Gnothi Saoton seinen Originalton konnte man das übersetzen Erkenne dich selbst Daniel Drüsentieb der ist sowieso super ich hoffe ihr habt alle das gelesen damals das war der mit den Erfindungen ja Erkenne dich selbst ich habe da noch einen Spiegel dazu Jack Spiegel Spiegel von Sonne in dem Fall das passt halt gut Erkenne dich als Solares Wesen Solar Ready to fill Eschola Ja Solares Wesen da ist nichts drin ursprünglich Solar Die Frage ist wer schenkt ein wer schenkt ein Ist es reiner Wein oder ist es irgendwas irgendeine Geschichte irgendeine Fiktion irgendein Märchen irgendwas Solare Wesen ist das wurscht die lernen das und dann das und sagen ja und amen bis es ihnen reicht und dann wird es ein Ausgang weil jeder ist ja nicht gewalttätig der Ausgang muss ja auch friedlich möglich sein Schade dass man das alles nicht gescheit sehen kann Seht ihr was da drauf ist auf dem Bild das ist voll die komplexe Darstellung vom menschlichen Körper mit allen möglichen Chakren und Dings und alles und hinschrieben und Sternzeichen und Organe und alles Bilder gibt es auf Google und Dings schaut sich um es ist alles da ihr braucht es nur suchen gehen der Bildschirm ist eigentlich dem ist es wurscht was er euch sagt es ist euch ein Geist der sich das aussucht was er sich gerade auf Google anschaut und das kann man jetzt erforscht das da gibt es so viel Wissen das ist so spannend aber eigentlich kann man sich da voll verlieren um das geht es auch gar nicht Themenwechsel assoziieren üben wir lesen das Wort Tisch Tisch das funktioniert das sonst ruhig warum Tisch ich habe ja nicht Tisch gesagt jeder von euch hat jetzt im Kopf ein Bild von einem Tisch stimmt's hoffentlich nur keiner weiß wie der Tisch vom anderen ausschaut und trotzdem hat jeder in seinem Kopf einen Tisch also was ist jetzt ein Tisch ist ein Tisch ein bestimmtes Ding oder ist ein Tisch vielmehr nur die Beschreibung Definition von einer Funktion von was als was ich was verwende ein Tisch ja wie definiert man einen Tisch lest es nach auf IGP-Dachstetz kann man es nachlesen was ist ein Tisch auch witzig Tisch irgendein Ding halt ja ein T auf jeden Fall schaut eh aus wie ein T von der Seite T auch klingend nächstes Beispiel Vase Vase jeder kurz im Kopf nachschauen Vase aktivieren was ist das ist das ein Ding oder ist das eine Funktion höre ich Funktion höre ich Ding es ist im Endeffekt nur eine Beschreibung von einer Funktion von was von einer Bestimmung ich kann eine Kaffeetassen zur Vasen erklären also der Geist das ist eine reine Information für den Geist als was ich was bestimme nächstes Beispiel rot ist rot noch eine Funktion ist rot eine Qualität ist rot eine Farbe eine Reflexion eine Assimilation rot rot halt aber das kann man nicht angreifen und jeder weiß was es ist also es beschreibt im Geist wieder irgendeinen einen Winkel rot ist ein Winkel im Licht rot es ist ein Winkel im Licht eine Winkelverschiebung Dispersion von Licht das macht rot und gegenüber genau auf der anderen Seite von rot ist blau also rot und blau sind genau dasselbe wie Yin und Yang jeder Wasserhahn weiß das das ist nicht dasselbe das eine ist das andere ist kalt und wir beschreiben einen Effekt der heißt O-Ton rot wir beten darum dass wir in der Früh aufwachen dürfen und das heißt dann Bewusstsein aktivieren rot am liebsten jeden Tag unser tägliches rot gibt mir heute das heißt doch nicht lass mich nicht verhungern das heißt lass mich aufwachen nur als alternativen Denkansatz das ist keine Behauptung rot kann man auch definieren leider sieht man es nicht nächstes Beispiel Assoziationen was fällt euch dazu ein? Hänsel und Gretel Märchen da steht's es war einmal ein armer Haushaltsauer der lebte mit seiner Frau und so bla 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 Hänsel und Gretel kennt das jeder von euch? ja ja hört ihr mich? ja sehr gut Hänsel und Gretel ein Märchen was ist ein Märchen? Assoziieren was ist das für ein Wesen? das Wesen von so einer Geschichte was ist das? das ruft in uns was ab und automatisch so wie bei Vase oder bei Auto oder Sessel kommt eine Funktion und diese Funktion heißt in dem Fall eine ganze Geschichte und diese Geschichte ist definiert die ist ja in sich schlüssig durchdefiniert da gibt es die ganzen Protagonisten sieht man es schon da kommen sie Hänsel, Gretel, Eltern was steht da? Hexe, Wald, Knusperhäuschen, Lebkuchen das müssen alles das muss alles da sein weil sonst ist das Märchen nicht komplett gut dann mal alles durchdefinieren was gibt es alles es gibt einen Ofen und in dem weiteren Verlauf gibt es ein Knöchelchen und alle diese Sachen vom Märchen nur das Märchen bitte jetzt stelle ich die Frage zu dem Märchen jeder kennt das gibt es innerhalb von dem Märchen eine Prinzessin? kennt das Märchen Hänsel und Gretel eine Prinzessin? nein stehen die anderen auch schon da? nein Gott nein stehen schon da genau kennt das Märchen eine Rettung für die Kinder? ein Jugendamt? kennt das Märchen ein Pfarrer? oder kennt das Märchen ein Staatenbund? oder Königreich Deutschland? kennt das Märchen das? nein das Märchen kennt das nicht und das ist das Problem von allen diesen Menschen die jetzt gerade im Häfen sitzen das war ja der Ansatz dass man in ein bestehendes Märchen was dazu schreibt das funktioniert nicht du kannst in ein Märchen wenn du es verlassen willst musst du ausschließlich damit umgehen was das Märchen selber anbietet du musst halt suchen gehen aber wenn das Märchen das nicht kennt du kannst beim Hänsel und Rädelpaus nicht mit einer Prinzessin daherkommen dann sagst du ich bin die Prinzessin die werden sagen wer bist du? wir kennen die nicht die gibt es gar nicht bei uns ja aber es ist ja nur ein Märchen jetzt ist es jetzt so wenn der Hänsel wenn der Hänsel sagt weil die Hexe so gemein ist und der Hänsel ist ja im Käfig weil die Hexe so gemein ist sagt der Hänsel irgendwann liebe Hexe weißt du was? ich habe mir das überlegt ich habe mir jetzt einen eigenen Ausweis bastelt da steht drauf Jäger und ich bin jetzt nicht mehr der Hänsel ich bin doch nicht mehr eine Person ich verweigere den Käfig ich bin jetzt ein Käfigverweigerer der Hänsel erklärt sich zum Mitmachverweigerer klassischer Freeman-Effekt wie gelingt es dem Hänsel dass er das der Heck so klar macht dass sie es akzeptieren muss dass man das Märchen beendet bevor es aus ist freiwillig aus Liebe zum Leben dass man einfach aussteigt aus einem Märchen wenn man sich denkt uh das geht den Bach runter das Schiff fährt an die Wand oder wie man sagt wie sagt er sich der Hänsel wenn er sich zum Käfigverweigerer erklärt einfach über Möglichkeiten nachdenken das möchte ich euch bitten Nächste Assoziation Österreich was kommt jetzt im Kopf für ein Bild wenn es heißt Österreich was ist das? Fiktion das ist seine Meinung Fiktion Österreich ja wo passiert Österreich ist das das da das da draußen ist das ein österreichischer Regenwurm weiß der das wo geschieht Österreich wo findet es statt wo findet zum Beispiel die Uhrzeit statt oder das Datum der Kalender wo findet der Kalender statt am Hüme oder im Scherl genau Österreich ich habe da wieder was rausgeschrieben das ist von von irgendeiner GV-Seiten und da steht drittens Österreich als Rechtsstaat also wir können Österreich ja vieles nennen und manche sagen ich glaube dass Österreich gar nicht gibt oder so das habe ich auch nie gesagt wir müssen jetzt nur sortieren was es wirklich ist und dann können wir es dementsprechend behandeln sollte es krank sein die demokratische Grundordnung Österreichs Österreich als Rechtsstaat was ist ein Rechtsstaat? kann man öffentlich nachlesen Österreich erklärt das selbst für das Zusammenleben von Menschen Wirtschaft und Institutionen brauchen wir Regeln diese Regeln bilden die rechtliche Ordnung in Klammer ist gleich Rechtsordnung eines Staates das erste Merkmal eines Rechtsstaates ist dass die Rechtsordnung für alle gilt in einem Rechtsstaat müssen sich nicht nur die Bevölkerung sowie die Unternehmen Vereine und Verbände an die Rechtsordnung halten sondern auch der Staat selbst bla 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 geht es noch weiter hey geil gilt gilt für alle das heißt das ist nicht es gilt und die Tatsache dass es gilt beweist dass es nicht ist weil wenn es war braucht es nicht gelten es gilt gilt hast du ja Schuld eigentlich soll man von der Erbssünde weiterreden jetzt oder was nein das geht zu weit wir wollen die Kirche außen vor lassen weil das ist getrennt Kirche und Staat wie wir alle wissen lasst uns einfach weitergehen im Thema Definition was ist das was für ein Wesen es geht ums Wesentliche was für ein Wesen steckt hinter dem Klang Definition Definition ihr hört schon wieder einen Taubstummen einen Tauben Def Defin 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 Fin hast doch Ende irgendwie und De hast irgendwie wenn es vorhin steht weniger zum Beispiel Degradieren oder Demontieren Deeskalieren Demokratie und so das kennen wir das heißt immer weniger Defin Weg Grenze man könnte sagen Abgrenzung Definition Abgrenzung Ja wunderbar die Definition grenzt jeden Charakter jedes Wesen in so ein Märchen von anderen ab damit eindeutig klar ist was gemeint ist und wie es gemeint ist und was nicht gemeint ist weil sonst kennen wir es ja nicht aus jeder hat im Kopf einen anderen Tisch wir müssen es genau hinschreiben was damit gemeint ist dass das funktioniert im Außen sonst geht das nicht gut also schreiben wir es hin definieren es Definition so jetzt gibt es einen Satz der heißt den findet man im kanonischen Kirchenrecht ist diesen Satz und jetzt brauchen wir die Kirchen kurz müssen wir es uns ausleichen dieser Satz lautet ein Verwaltungsakt ist zu verstehen gemäß der eigenen Bedeutung seiner Worte und dem allgemeinen Sprachgebrauch hoppala es gibt also eine eigene Bedeutung der Worte und den allgemeinen Sprachgebrauch was heißt das naja Frage was ist eine Mutter verstehst was ist eine Mutter ja da ist die Frage was meinst du jetzt meinst du das mit Mama Mama oder das mit dem Schraufen weil witzig die haben beide einen unterschiedlichen Konjunktiv in der Mehrzahl das eine wird zu Mütter und das andere wird zu Muttern wir sind schon schräg gewesen und wir haben über das noch nie nachgedacht aber das klingt das hört man wer Ohren hat der höre von Ethics Apokalypse heißt das eigentlich Apokar öffne Kraft im Herzen Lipse drücke dich aus Lip dich Lip ja das findet man im kanonischen Kirchenrecht also brauchen wir wir brauchen die eigene Bedeutung der Worte das wollte ich damit sagen nicht was ich glaube dass ein Tisch ist sondern ich brauche die eigene Bedeutung und die steht halt in diesem wunderschönen Facebook blauen Facebook Wörterbuch das juristische Wörterbuch bitte ihr braucht das sonst versteht ihr es nicht ihr kennt die eigene Bedeutung der Worte nicht als Beispiel kann man dazu erwähnen klack 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 das Wort Straße jeder im Kopf Straße abrufen wer mit dem Auto da ist tut sie leicht Bilder zu Straße danke bitte ja aber angenommen wir sitzen nicht auf der Straße im Auto sondern wir sitzen am Pokertisch Straße was ist eine Straße ja das kommt darauf an was du meinst wie du es definierst das musst du niederschreiben beim Pokern das ist genau definiert was eine Straße ist und das andere ist auch definiert das heißt dann Full House oder Drilling oder so irgendwas ich tue das nicht aber versteht ihr das ist alles genau definiert so ist es gemeint und das meint nicht das was man draußen als Straße glaubt mit den Autos nein das ist ein eigenes Dings klingt gleich Straße meint aber ganz was eigenes und genau so das steht alles da drinnen geht es uns im Rechtssystem das Rechtssystem hat eigene Bedeutungen die man wissen sollte weil nur dann kann man mitreden wir wissen ja normalerweise nur die Juristen verstehen das das ist Advokaten-Deutsch da gibt es ein Wörterbuch und da wird es aus dem Staunen der wird es ja nicht mehr rausgekommen ich kann das nur jedem empfehlen Recht sind wir eh schon da ist eh Recht sagen manche vielleicht schon Recht jeder hat in seinem Kopf jetzt wieder eine Bedeutung ein Wesen von dem Klang Recht hoffentlich und im Recht im Recht selbst ist Recht definiert also brauchen wir nicht streiten was der Einzelne darunter versteht wir brauchen nur lesen was es bedeutet in der Definition und da steht jetzt Recht ist der zentrale Begriff der Rechtswissenschaft der so komplex ist dass er sich außer als das Richtige nicht mehr einheitlich bestimmen lässt und dann geht es weiter liest es euch selber durch als Hausübung das Richtige aha was ist das jetzt das Richtige aber um das geht es beim Recht dass das richtig ist da steht nicht Recht ist der zentrale Begriff der Rechtswissenschaft der so komplex ist dass er sich außer als das Sichere nicht einheitlich es geht nicht um Sicherheit es geht um Richtigkeit ist es richtig was da passiert nicht ist es sicher Rechtssicherheit ist wichtig aber es gibt einen Grundsatz der heißt Rechts Richtigkeit vor Sicherheit so gesehen ist alles so geil dass es alles schon da steht ich habe ja nichts dazu geschrieben sondern es steht alles da drinnen man kann halt eigentlich sagen wenn man es so will es ist ja auch der Mensch definiert Mensch was ist ein Mensch was versteht das Rechtssystem unter einem Menschen nicht der einzelne sondern was ist definiert im Märchen Mensch ist das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen von seiner Geburt bis zum Tod der Mensch steht im Mittelpunkt des von ihm gestalteten Rechts er hat bestimmte grundlegende Rechte gegenüber dem Staat ja super der Mensch steht gegenüber vom Staat er hat irgendwelche grundlegenden Rechte und ist der Mittelpunkt wunderbar das Problem ist Verstand und Sprachvermögen das muss ich euch leider so hinschmeißen sorry der Spiegel im Außen in der Gesellschaft heißt nicht sinnerfassendes Lesen und der andere Spiegel im Außen heißt Deutschkurse für Flüchtende es geht um Sprache und Verstand so ist der Mensch definiert wer als Mensch erkannt werden will muss Sprache und Verstand aktivieren kann Zettel schreiben Apropos ich weiß nicht ob er noch da ist der Robert Luca aber er hat vorher so schön davon gesprochen dass die Oppositionen miteinander irgendwelche dreieinhalbtausend Einträge angestellt ob er in der Dings oder drüben 8500 Euro 14 Mal im Jahr verdient auf Staats- und Steuergelderkosten 3600 Anträge die nichts gebracht haben ich möchte dazu nur beiläufig erwähnen dass ich seinerzeit vor circa 6 Jahren einen Brief geschrieben habe und er hat alles verändert Mensch ist definiert Freeman ist eigentlich definiert im Rechtssystem wisst ihr das Freeman es wird ja so viel geredet und es wird ja so viel geschrieben aber angenommen es betrefft jeden von euch und ich behaupte einfach einmal dass das tut dann ist nur die Frage wann fängt er an sich damit zu beschäftigen nicht ist das was für mich oder nicht das ist so wie Schwimmerlerner irgendwie ja Schwimmer jeder Mensch er kann eh Schwimmer von Haus aus aber er glaubt er kann es nicht jeder Mensch ist eigentlich Freeman von Haus aus nur er weiß es nicht Freeman müssen wir so definieren im Köbler Freeman ist der sich zur geistigen Sittlichkeit bekennende Mensch welcher sich unantastbar als moralische Person in Freiheit und Selbstbewusstsein selbstbestimmt und in der Umwelt auswirkt so ist der Freeman definiert er steht nur noch nicht drin als Freeman aber alles andere steht schon drin die vorgeschriebene Rolle des Menschen für den Fall dass Lügner an der Spitze waren ich möchte euch kurz erinnern dass aktuell von Lügnern gesprochen wird in den Medien bezichtigen sie gegenseitig schon tatsächlich der Lücke früher war es nur die Unwahrheit jetzt ist schon die Lücke und für diesen Fall steht im Wörterbuch genau vorgeschrieben was zu tun ist Freeman ich habe es jetzt so genannt man könnte da moralische Person hinschreiben oder sittliche Person man könnte da Jesus hinschreiben das ist gemeint und wer fragt wie geht Sittlichkeit man muss sagen man muss die Bibel lesen steht alles da drin und es hat nichts mehr mit Religion zu tun sondern es ist eine Gebrauchsanleitung für menschliches Bewusstsein das Handbuch quasi das Handbuch für den Gezeitenwechsel wie soll man es nennen nicht Religionsgemeinschaft Menschenwürde da steht auch schon der Freeman die Menschenwürde ist definiert als der innere und zugleich soziale Wertanspruch Wahl also wenn wir von Wahl reden da reden wir da von Wert und der Anspruch für die Wahl soll das ja was denn sein ja Glück und Freude für alle Kuchen für alle Rosinen für alle oder so der innere und zugleich soziale Wertanspruch das ist die Verbindung zwischen innen und außen da wo es spannend wird wo ich innen denke und außen handelt der innere und zugleich soziale Wertanspruch der den Menschen um seinetwillen zukommt das Rechtssystem gönnt uns das wow die Menschenwürde besteht darin dass der Mensch als geistig sittliches Wesen und das ist nicht der Mensch als Bürger nicht der Mensch als natürliche Person sondern das ist eine andere Rolle der Mensch als geistig sittliches Wesen und der ist von Natur darauf angelegt so ist das definiert im Rechtssystem das Märchen hat sich das selber so eingeschrieben der Mensch als geistig sittliches Wesen ist von Natur darauf angelegt in Freiheit und Selbstbewusstsein leider daran scheitert es bei den meisten Menschen sich selbst zu bestimmen und in der Umwelt auszuwirken diese Menschenwürde ist unantastbar Halleluja der Freeman ist unantastbar juristisch vorgeschrieben die Frage ist nur ob der einzelne da steht oder nicht weil er in geistiger sittlichkeit sich darstellen muss vor dem Rechtssystem vor respektive gegenüber vom Rechtssystem da steht er ich habe einmal zu wenig drauf gedruckt egal Moral Mo Ra 3 geile Klänge eigentlich 2 7 und da Mo das heißt so viel wie Bewegung Mo kommt ursprünglich aus dem Om als Spiegel von Om macht Mo und irgendwas bewegt sich und dann kommt Ra Ra kennen wir aus Ägypten als Sonne Sonnengott Ra aber Hebräisch hilft uns Gott weil es erinnert uns daran dass Ra unsauber ist schmutzig gefährlich böse uneinschätzbar Ra das Gegenteil von Ra war auf Hebräisch Top 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 und das andere ist Ra das ist in uns einmal Ra 10 und einmal Top 10 zum Beispiel Ra Gefahr ist ein rechter Winkel wenn man so will nichts anderes als ein rechter Winkel genau ein mächtiger Klang der Kontakt zwischen Zunge und Gaumen zwischen Herz und Hirn L Allah L L Hayom Elohim L L Love L L ist super Lie Liebe Liebe I Verstehst? L und I miteinander heissen Lie ist doch gelb Lie Licht L Moral Bewegung Auge in Gefahr L L Unsere Idee kommt aber es nennen L das was mir einfällt L genau Winkel Moral ist natürlich auch juristisch definiert und hast dort Sittlichkeit Sitt L Ich Keit Sitt das tue ich schon im rechten Winkel sitzen Sittlichkeit in Klammer Moral ist die Gesamtheit der Inneren auf die Achtung Gesinnung bezogenen Verhaltensnormen deswegen spricht man im Fernsehen gerade von Gesinnungsparagrafen weil es geht um die Gesinnung des Menschen nicht was er sagt sondern wie er denkt ist wichtig was steckt hinter der Kulisse kann man sich darauf verlassen wenn er was sagt oder redet er nur die Gesamtheit der Inneren auf die Gesinnung bezogenen Verhaltensnormen das ist Sittlichkeit Sittliches Verhalten so ist es definiert das Rechtssystem kennt es genau so Sittliches Verhalten ist das auf das Gute um seiner selbst Willen gerichtete Verhalten das ist jetzt der Jesus wenn du so willst da kannst du jetzt in Jesus suchen gehen nur nach dem Satz Sittliches Verhalten ja wie tue ich da das Gute um seiner selbst Willen und wie das geht wirst du drüben lesen im anderen Buch die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht so ist es definiert und würde ich Recht sprechen können wenn ich das Recht wäre und eine Stimme hätte könnte ich sprechen Recht spricht dann müssen die das jetzt so definieren ich müssen das jetzt folgendermaßen vorlesen die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet diese Sittlichkeit von mir da ja ich das Recht bin die Sittlichkeit unterscheidet sie von mir wer also im Recht ist kann nicht in der Sittlichkeit sein und der Mensch aber nur als geistig sittliches Wesen in Freiheit juristisch unantastbar definiert ist versteht sie das es wird schon sickern Moral Freeman aus 3 mach 1 aus 3 A Moral das konnte da die Abkürzung für Motoral sein Motoral To ist ja nur ein Körper ein Spielplatz To Motoral und da hört man dann schon raus dass Moral selber noch nicht alle Lösung ist weil auch der Vergewaltiger vergewaltigt in seiner Moral versteht's Moral ist kein Ausred Moral heißt gar nichts auch der religiöse Fanatiker fanatisiert in seiner Moral also ist Moral nicht die Lösung Moral ist nur der eine Aspekt nämlich Ra in uns und es wird außen gehandelt nur wer macht das wer handelt Mo also zum Beispiel wenn man mit dem Auto ganz schnell hin und her fährt ganz schnell und so und es sitzt wer daneben der hätte ein wenig Angst wie würde dieses Wesen in seiner Panik dass es hoffentlich wieder ein bisschen langsamer wird zu dem Körper der gerade ausflippt daneben sagen was darf was darf einer sagen zu wem der gerade viel zu schnell unterwegs ist vielleicht sowas wie Slowdown aber wenn nicht so viel Zeit ist dann sagst du vielleicht easy hey easy 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 runter vom Gas easy easy was heißt das wer is is das habe ich schon gesehen im Fernsehen is und Jesus fängt auch so is aus is is i und es das sind ja wir is 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 me is me is my pain is me mach es ruhiger besänftige mich heißt das eigentlich is warum sagt er das naja wenn sie auf der einen Seite was zum Bewegen anfängt durch einen Schwung der heißt am der allesbeweger am das kommt als mo zum Vorschein und bewegt uns mo mo ra jetzt brauchen wir einen der das besänftigen kann und wie klingt der der klingt nicht mo ra l klingt nicht mo l klingt is ra l es heißt ja nicht umsonst jud ik k tiefe alles was recht ist kommt natürlich von gott wer immer das ist und wir erinnern uns an moses moses hat damals die sogenannten zehn gebote mit einem brennenden feuer busch aus dem geist in den stein ein kaut und ab dem moment war das schwert des geistes das wort gottes in stein gemeißelt und in der materie verhaftet so wie manch einer von uns das schon erlebt hat also wer sich mit dem system anlegt das möchte ich euch auf dem weg mitgeben wer sich gegen das system stellen will der stellt sich gegen gott gegen die ich habe es eh da hinzeichnet gegen die thora gegen das gesetz gegen die bundeslade der bundeskanzler heißt nicht umsonst bundes so wie seine freunde in die straßen die bundesstraße und der bundespräsident und dieser ewige bund ist es der die menschen in schach im joch holt im joch dieser diese welt ist eine torahisch geführte katholisch verwaltete religiös und sprachlich zerspaltene menschheit die in wahrheit alle dasselbe sind sagt man ja alle menschen sind zwei augen die da aussie schauen und sagen wer bin ich würde ich dich treffen würde ich sagen zu dir you i you und i de da mitte i you de das sind wir würden wir uns einfach was ausmachen miteinander dann sind wir im wesentlichen im Einklang da wo nur mehr Klang ist da wo keine Geschichte mehr erzählt und keine Religion mehr gibt keine Konventionen sind nur Klang da heißt der Effekt ich und du Müllers Kuh i jute wir machen sich etwas aus das zählt der mensch als handschlag qualität durch jeder mensch ist es und dann kann er im judentum als umzingelter im gewand christi neugeborener sich selbst identifizierender pastor zwischen vater stadt und mutter kirche natürliche person im namen des vaters genannt religionsfreiheit aussuchen und moslem spielen da ist er lang christ und er war ursprünglich jude und die glauben sie stehen nebeneinander aber das ist nicht die wahrheit die wahrheit ist dass alles eins ist die frage ist nur was ist in was drin babushka babushka oder matruska wie sie heißt jetzt steht da j he va he tetragrammaton der unaussprechliche name für gott aber das ist ja keine gottbeschreibung das ist ein klangeffekt gott kann man nicht aussprechen weil das ist alles du kannst nicht alles auf einmal sagen das geht nicht aber j he va he ist super wer würde das anders aussprechen dann hast das nichts anderes als i j te wache kleine kinder und tiere das verstehen und das heißt so viel wie ich rede von wahrheit wahrheit ja was ist das i te wahrheit und witzigerweise dieses wahrheitsprinzip ist komplett verloren gegangen weil der mensch nicht in wahrheit ist er ist im recht und recht ist nicht wahrheit recht ist fiktion fiktion ist der rechtssatz der eine in wahrheit nicht bestehende tatsache als bestehend behandelt alles was recht ist ist fiktiv das ist nicht wahrheit i te wahrheit und diese Welt ist folgendermaßen konstruiert man sich auskennt ganz oben das liest man von rechts nach links j he wow he und das sind vier hierarchien das erste ist j j j heißt irgendwie so die anbindung nach oben die verbindung zu gott der linke winkel j ist ein linker winkel wenn l der rechte winkel ist j und link link ist eine verbindung das wissen wir aus dem internet j die verbindung nach oben meistens unsichtbar und dann kommt nach zion das war jetzt quasi die the dome welcome to the dome kabbalah oder kapelle genannt und darunter operiert die katholische kirche als tochter zion im namen des vaters alle menschen registrierend zusammenscharend universelle kirche spielend das recht gebend und zusammenleitend das macht die katholische kirche da ist das oberhaupt der papst wissen wir und diese katholische kirche generiert recht das römische imperium heißt es und dieses römische recht kann man dann sich selbst geben als menschheit und kann sich verfassen und diese ebene noch he he war die kirche j judentum he kirche i h s heiliger geist oder geheimnis des glaubens und dann kommt wow jte wow wow heißt auf englisch ich gelobe ich leiste einen eid ich schwöre und wenn man die verbindung suchen geht ihr wisst ja wer auf den papst aufpasst die schweizer gade und da ist die verbindungstüre über die schweiz über die eid genossenschaft trifft sie diese nächste hierarchie nach unten in die wow ebene das heißt alles was im judentum und jeder mensch ist jude ursprünglich dann hat man ihm die religionen erklärt und hat dann im glauben an seinen gott sich verfasst und in diese wow ebene da kann er nur eine wenn er einen eid leistet da muss er einen eid leisten jeder diener der einer hoheit dient oder hoheitsgewalt übertragen kriegt muss einen eid leisten er muss bei der eidgenossenschaft dabei sein wow naja und darunter kommt das letzte weibliche das zweite he und das ist der einzelne mensch in der registratur der einzelne bürger das einzelne he r r r r r z was du mit dem vaterland verbindest j he w he judentum katholische kirche staatswesen bürgertum mehr ist nicht und es ist alles in einer hand das allsehende auge da steht j w drüber j w wache wache können sie mir glauben nein braucht sie mir nicht glauben überlegt euch es selber das puzzle baut euch es zusammen aber ihr dürft nichts ausschließen ihr müsst alles integrieren wir dürfen überhaupt nichts mehr ausschließen wenn alles eins ist und dann bin ich hebräer aber ich erkläre euch wann man hebräer ist hebräer ist man dann wenn man zum beispiel ein Bild an der wand sieht wo es nicht gerade hängt aufsteht hingeht und das Bild gerade riecht dann ist man gerade hebräer versteht's nein ja nein vielleicht was meint der der spinnt eb eb heißt passt eb eben genau re ist das was ich wahrnehme mein spiegel re der strahl der zurückkommt re jedes e-mail weiß dass re zurückkommt re und er bin ich wenn ich was mache er da bin ich der der es tut der der schöpfer und atmen tut der heilige geist in mir und das macht aus mir ein eb re er versteht's das ist nur eine beschreibung eine funktion für den geist wir können wir können solche geistigen spielchen kurz durch exerzieren damit wir dingsen wieso geht da nichts weiter geht schon tschak prack tut sich was bei euch nein ach muss ich schon wieder aufstehen jetzt hat sich was da tsching was heißt das sal om sal kennen wir als salz aber das ist ja wieder nur eine funktionsbeschreibung wenn wir sagen salz salz weiß ja nicht dass es salz heißt sondern es ist nur eine beschreibung ein wesen das wir benennen mit dem kristall sa ohne das l sa konntet man hören als aufforderung es ist immer schwierig was zu erklären ohne das wort zu verwenden die aufforderung zu sein aber sein heißt das schon sa in sa ok sa und es hat was mit mit wahrnehmung zu tun sa sa l das heißt so viel wie gestalte oder sei eine rechtwinkeligkeit sei ein rechter winkel und der Andreas Körber kann euch das vorrechnen dass im rechten Winkel alle Schöpfung passiert die 90 Grad die diese 89 Räume schaffen worin dann Schöpfung creation passieren kann es geht nur im rechten Winkel und der rechte Winkel heißt recht richtig also wenn wir richtige aufrechte Wesen sein wollen dann sind wir selber ja ein rechter Winkel mit unseren Viers unsere Viers und unser Rückgrat sind ein rechter Winkel eigentlich wir sind ein L L Leben heißt es L E L spiegelt sich nach Le und Ben heißt Sohn Leben das ist das lebendige El El Ohim Ich kenne Ohem Ja Sa Il das heißt sei gestalte einen rechten Winkel Om das ist der Mensch Sal Om das heißt so viel wie mach es richtig sei richtig sei recht Mensch anderes Beispiel Ein Il Fa Om Ega Hör A A Il Fa Ein L geschieht und der Mensch macht es gut A Il Fa Om Ega Il Das sind wir wenn wir umeinander enden mit unserem Wie Le Il Ich wie Il Ich Il Sollen Wollen Das ist Il 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 Bogen Il Wir dürfen nicht vergessen dass Il Il ist das was ausgeglichen wird die ganze Zeit Il wird egalisiert vom Menschen Il Il A In Fa Il Verstehst das ist das was uns einfällt Gott fällt ein A In Fa Il Fa Re heißt Machen Tun Fa Und nur ein Beispiel Gestalte einen rechten Winkel gegenüber zu dem was ist Das ist eine Aufforderung den Geist zu aktivieren und selber aufrichtig und aufrecht durchs Leben zu rennen Ad Il Ant Is Das ist keine Ortsangabe und das ist schon gar nicht Geschichte sondern das ist ein Zauberspruch Das ist eine Bewusstseins Richtungsweisung Ad Il Ant Is Und es geht über Go Il Gata Go Go Il heißt ja Ziel Go 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 kommt von wo? Von Og Og Schreck Og Schreck Og Jetzt hängt ja schon wieder der Haverer da durch Og Og Jeder Lift weiß das Og Obergeschoss meint Oberstübchen könnte man sagen dazu Jeder von euch hat sowas Jeder von euch ist sowas Sol könnte man sagen ist die Abkürzung für Sonnenlicht Der Spanier benennt es so und sagt Sol Og und Sol Würde mir jetzt jeder auch so ein Og haben und das ist das A Og Das ist in der Mitte des Kopfes und schickt Licht Das sogenannte Aogenlicht A Og Obergeschoss Oberstübchen Zirbeldrüse Manche sagen drittes Auge aber das ist eine Beleidigung Das heißt das Auge A Og Und würde man dieses eine Og mit Sonnenlicht verkuppeln Dann vermischen sie die zwei Gelartig Das vermengt sie und macht Gel Gel Was kommt da aus für ein Klang wenn man die vermischt Ja Sogol zum Beispiel Einfach in Sonnenlicht ein Auge Sogol Und ich überlasse es euch die Wirkung jetzt zu erraten oder zu erspiegeln Was kommt raus Logos Aller Anfang ist schwer Heißt es Und die Schwernis besteht darin dass man sich danach riecht dass man einfach einmal am Tag wenn es geht in die Sonne schaut Wir sind solare Wesen und man hat uns eingeredet wir müssen uns vor Sonne fürchten aber das ist eine Blödsinn Wenn Logos der Anfang ist dann sollte man das beginnen Das Om Symbol Ihr kennt es vielleicht sagt uns das Aber dazu muss man aufrichtig sein Nur aufrichtige Wesen werden im Om Symbol die Botschaft erkennen Man muss es dazu nämlich aufrichten um am besten einen rechten Winkel und das schaut dann so aus und dann siehst dass dieses Om Symbol genau diese Botschaft tragt Du solltest mit dem Auge nach Sonne guckst du und dann wird dein Herz aufgehen Das ist die Darstellung von dem Symbol Und das heißt nicht 30 Das heißt Om Jetzt kann man es sogar lesen wenn man es so hinschreibt Om Sungazing möchte ich euch ans Herz legen Sangazing Ich habe jetzt da noch zusammentragen was Israel bedeutet damit man das nicht verwechselt mit der aktuellen Geopolitik oder mit einer Religion Israel bedeutet so viel wie wenn es übersetzt Gott streitet in Klammer für uns Klammer zu oder ich streite mit Gott in Klammer an meiner Seite Klammer zu Vorsicht Israel 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 Google es einmal daheim Supreme Court of Israel Ich werde es dort eine Pyramide finden die umgebaut ist von einem riesengroßen Gebäude das heißt eben Supreme Court of Israel und dort werden wir die höchste Judikative auf dem Planeten finden die Tora die dann durchgereicht an die Tochter Zion die katholische Kirche die vatikanische römische Rota wird aus der Tora wird die Rota und es ist die höchste Gerichtsbarkeit im Vatikan ist zuständig für physische Personen die keinen oberen unterhalb des Papstes haben also für einen Freeman googelt es lässt es noch es ist so spannend und es steht alles schon drinnen in die Bücher die Frage ist nur mit was für einem Geiste schaue ich da hin weil Freiheit ist auch juristisch definiert Freiheit ist das Wesen der Freiheit im Rechtssystem ist allgemein die Möglichkeit der uneingeschränkten Entfaltung und der Freeman ist ja der Mensch als geistig gesiedliches Wesen in Freiheit so ist das definiert das Problem ist die Definition von Freiheit weil da steht Freiheit ist die Möglichkeit der uneingeschränkten Entfaltung ihre geistige Voraussetzung oje und da steigen dann die meisten Menschen aus das ist ein geistiges Ding was wir da machen eine geistige Reise Geist das ist Spirit das hat was mit Spirituality zu tun nicht mit Rechtswissenschaften sondern mit Spiritualität zurück zu Gott da wo Gott ersetzt wurde durch diesen rechten Winkel im Außen die Justizia wo kommt sie denn da kommt sie schon daher die Justizia wie ihr wisst ist blind hoffentlich zumindest äußerlich aber sie hat ein Schwert dabei und eine Waage und was ist das wohl für ein Schwert glaubt's wie ist das Schwert von der Justizia zum betrachten ist das ein Henkerschwert wird man damit ermordet oder es ist vielleicht eher im übertragenen Sinne zum sehen weil die Waage ist ja auch keine Waage sondern das ist ja eine Waage oder sehr Waage das Schwert des Geistes hat sich vor vielen tausenden Jahren in die Materie begeben der Effekt wird bei uns genannt zum Beispiel Kain und Abel wo der Abel der schlagen wird von einem Stor also löst der Stor den Abel ab der Geist geht in die Materie aber das ist ein bisschen weit hergeholt der Moses eindeutig der Geist geht in die Materie wird zu Stein und was in Stein gemeißelt ist das ist jetzt das Wort Gottes der Jesus hat genau dasselbe getan der Jesus hat dem Petrus die Schlüssel gegeben und Petrus heißt Felsen der Geist geht in den Stein das ist immer die selbe Story und wisst in Wahrheit hat ja der Moses zum Pharao ich bin fast fertig danke der Moses hat zum Pharao auch nichts anders gesagt als Abraham weil Ra ist die Gefangenschaft der Israeliten in Ägypten Sonnengott Ra und von da wollen wir jetzt bitte nach Hause gehen da wo wir hinkehren der Mensch als Wesen nach Hause Ab-Ra-Ham das heißt es ist kein Typ ist eine Beschreibung eine Funktion in uns so wie Sol-Om-On oder Sal-Om-On das sind Geistesbeschreibungen keine Menschen und da haben wir jetzt noch ich darf das sagen weil das Schwert des Geistes das Wort Gottes das in die Materie gegangen ist da gibt es gerade einen aktuellen Film dazu wie das Schwert des Geistes wieder rauskommt aus dem Stein und das ist der Gebrauch des Herzens Art Jus Hartus Art Ur und der kann das Schwert des Geistes aus dem Stein wieder rausziehen das gelingt nicht an jedem und der Art das wollte ursprünglich ja gar nicht ich wollte das gar nicht aber das passiert gerade wir nehmen dieses Schwert das Feuer des Geistes wieder aus dem Stein aus der Materie und sagen danke für die Leitung wir übernehmen selbst Wassermann Uranus Bewusstsein in diesem Sinne die wahre Botschaft das Wesentliche im Großen und Ganzen heißt nur Herz auf zum Streiten Herz auf zum Streiten das ist das Wichtigste es ist alles in einem ein großer göttlicher Plan der da abläuft so wie jeden Tag in der Früh hell wird wird er jetzt gerade in einer viel größeren Dimension hell aber geistig und das kann keiner verhindern es ist schon oft passiert sonst glaubt es diese Geschichten alle nicht ist nicht das erste Mal aber wir brauchen nur cool bleiben relaxen und nicht streiten und wenn streiten dann hört es auf ist doch schön ich und du das heißt halt miteinander zwei I und ein Strich dazwischen ein goldenes ha bitte sehr golden age heißt das auf Englisch das goldene ha 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 Atem Verbindung und das kommt jetzt auf uns zu da wo jeder Mensch sie es einfach mit dem anderen aus dem Herz ausmacht und in der Zwischenzeit solange die anderen Menschen noch nicht so weit sind und da muss man wirklich davon reden von nun nicht und das ist keine Herabwürdigung oder sonst irgendwas sondern das ist eine Zeitangabe von wie munter ist der einzelne schon ja der eine wacht auf und ist voll da und der andere braucht eine halbe Stunde und so geht es den Menschen auch gerade geistig und das laufen so viel davon in Angst und Schrecken weil sie nicht wissen was gemeint ist aber in Wahrheit ja haben wir es eh schon geschafft wir brauchen es nur durchdrucken durchhalten und ja das andere werden wir dann in ganz andere Dimensionen erleben das können wir uns alle nur erträumen die Märchen verraten uns da mittlerweile viel mehr als die normalen Nachrichten weil ich glaube daran ich glaube an die Liebe ich glaube an die Wahrheit ich glaube an die Märchen ich glaube an das viel mehr als ein als andere da kannst du dir viel mehr rausholen bitte das ist witzig Sungazing und Salt Luching Halit Lutschen und in die Sonne schauen am besten in der ersten oder letzten Stunde des Tages und dabei einfach schöne Gedanken denken der Rest passiert von selben das heißt Channeling genau hey danke danke pfiert euch mir sehen sie das steht da soviel dazu und falls wer Fragen hat können wir ja nachher noch beim Podium dingsen yeah jetzt stehe ich wieder auf vielen vielen Dank Joe immer wieder eine Freude dir zuzuhören ja es ist wie schon ich wusste gar nicht ich muss das nach Vorarlberg tragen weil wir glauben ja wirklich dass Vorarlberg daher kommt weil wir vor dem Adelberg sind und nicht dass wir Radl retten also vielen Dank für diesen Gedanken das habe ich vorher gesagt zu ihm ob er nicht vor Radl bergen kommt wenn er aus Vorarlberg ist wenn er Vorarlberger ist dann kann er vor Radl bergen aber das hat er nicht das braucht eine Zeit also ich habe auch eine Zeit lang gebraucht bis es ankommt aber Vorradl bergen ihr versteht es dann mit der Zeit es kam auf jeden Fall auch bei mir an nochmal herzlichen Dank riesengroßen Applaus für Joe Kreisel Freeman das erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatzel veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimerfeind und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt und Museum von 9. Juni in Blindenmarkt und Museum von 9. Juni in Blindenmarkt von 10. Juni Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020